Ein Eisberg, da waren wir 20 Mann oder so. Da war es bereits in diesem Ding. Geil. Haben sie bestimmt alle aufgeguckt. Wir waren einfach wieder reingekommen. Aus! 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 Das allergeilste war ja, als wir dann bei den Magnus waren. Wir hatten halt noch irgendwas gelobt. Die Chicken Burger kamen erst später, weißt du. Weil sie das noch machen mussten. Kam mal vorbei, hat uns die Chicken Burger gebracht. Ich hab's gedacht, wenn ihr nachher noch Hunger habt, können wir ja noch mal vorkommen. Gegel. Aus! 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 Weihnachten! Weihnachten! Joachim! Warum hast du nicht gemacht, dass du keinen Dankst psychologist war? Fede Freundschaftsgruppen verloren gegen Max Frütze. Max Frütze? Ich denk es, Max Frütze, Max Mitter. Du brauchst nur den Hund, ich brauch's mehr. Wir haben zum nächsten Du Englisch. Ich bin wieder ein Wirtschafts-Approlder. Ich bin 30. Je nachdem wie du Bock hast. Ich habe vergessen mein hauptechnisches Training. Hier. Das ist ein Nebentraining. Ich verstehe. Ich vergesse mein hauptechnisches Training. Du vergisst. 2 Jahren losgeht. 4,5! 5,6! 5,6! 1, 2, 3, 4, 5,1. Nein, gibt es keine Weile uns hier. Er lässt wahrscheinlich zu verlochen ein. Und endlich geht. Und so.